Heiko, Heiko! Es gibt Menschen, die essen Krause, singen Lieder, komm zu Hause. Dann gibt es Menschen, die heißen bei dir. Wir müssen einen auf der Feier. Und es gibt einen, das ist interessant. Wer hat man gern, will man was verarschen? Ja, 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 will man was verarschen? Wie der Mann der Leere heißen, einfach Olli, Bär oder Geißen. Und es gibt einen, das ist interessant, den hat man Jan für den Oster-Arsch genannt. Jan für den Oster-Arsch, Jan für den Oster-Arsch. Jan für den Oster-Arsch, Jan für den Oster-Arsch. Jan für den Oster-Arsch, Jan für den Oster-Arsch.